Jetzt zeige ich euch, wie er an den vorletzten Automaten in der Mission Zorn rankommt. Viel Spaß! Oh, danke für dieses Geschenk, Hüter. Wir sind wirklich Freunde. Nicht wahr? Keitel hat mich so lange gejagt. Und jetzt zu spüren, wie ihre Wut durch den Unterbauch brennt, angetrieben von Goldsch-Brutalität, ist berauschend. Wie der Geruch von Brandfett und Feuer. Eine unentrennbare ursprüngliche Anziehungskraft. Rache, während ich zum Frieden emporsteige. Aber es macht Freude, darauf hinanzusehen. Deine Mission steht auf der Kippe. Keitel entfernt sich von dir. Geh schon. Ich möchte die Jagd beobachten. Ach! Wum! Er Afterwards. Das ist das��ze!